So Leute, wir gucken uns jetzt Annabelle 2 an. Wir auch. Oh! Ah, das kennt doch jeder. Zumindest jeder, der diesen Film gesehen hat. Finde mich! Okay. Ähm. Scheiße, ja. Würde ich gern, aber... Ich die gepuppen, Alter. Was ist denn? Okay, es ist sein Auge. Und jetzt? Oh, geh weg! Die Puppen gucken mich an. Was? Scheiße. Lass meine Seele bei dir sein. Puh! Verdammt! Ja, genau. Ein Horrorvideo und ein kleines Mädchen, genau. Das passt ja. Das war aber nicht sehr freundlich. Oh! Die Frau schlägt zurück. Das ist nicht in Ordnung. Das ist ganz und gar nicht in Ordnung. Oh, fuck! Alter! Oh Gott, ist das Kind eklig! Holy shit! Nein! Scheiße! Fuck! Das tut doch weh! Aber schönes Puppenhaus, ne? Ja! Du bist doch eklig, Alter. Was macht sie jetzt? Wo ist sie hin? Da sind ja richtige Kratzspunnen hier unten. Lass mich raten, du guckst mich gleich an. Oder sitzt sie jetzt da? Oh doch! Fuck! Sie sitzt da. Ist okay. Ich möchte dir nichts wegnehmen. Wird alles dir. Oh! Gott! Oh fuck! Hinter dir. Puh! Ist doch gar nicht wahr, Alter! Ich möchte mich nicht hinsetzen. Danke. Da möchte ich definitiv nicht rein. Was ist das denn? Genau. Sperre dich lieber ein. Alter. Alter. Was passiert jetzt? Nein. Hallo. Annabelle. Ich möchte nur mit dir spielen. Mehr nicht. Mann, war das nice. Puh! Das ist das. St